Das sieht so behindert aus! Ach, Burudin, das herr... Was machst du denn da? Das sieht ja voll behindert aus! Das sieht so behindert aus! Das sieht so behindert aus! Das sieht aus wie... ... wie Steve Hawkins! Warte, ich zeig's dir mal! Lass mich mal! Und du bleib mal da stehen! Das sieht so bescheuert aus! Ja, dafür wär's das eigentlich wert, dass man da Screenshots macht! Ja, nicht! Das sieht so aus!